Wir haben über geistiges Eigentum und Innovation gesprochen, die Frage, ob die aktuellen Regelungen im geistigen Eigentum Innovation behindern. Aus meiner Sicht stellen sich da vor allen Dingen empirische Fragen. Die erste Frage, die ich stellen würde, wäre, wer hat eigentlich genau ein Problem mit den Regelungen von geistigem Eigentum? Die Nutzergruppe müsste man mal genau definieren. Ich glaube, da sind viele Mythen im Moment unterwegs, da braucht man Aufklärung. Das zweite ist die Frage, geht es dann bei den meisten Argumenten, die genannt werden, tatsächlich um Innovation? Ein Beispiel, wenn ich mir meine MP3-Sammlung vergrößere, weil es billiger ist, dann ist das mit Sicherheit für den Nutzer ein interessanter Punkt, aber letztendlich hat das wenig mit Innovation zu tun. Die dritte Frage, die ich dann noch beantworten würde, wäre, wie groß ist eigentlich das Problem? Das heißt also, in welchen konkreten Bereichen kann man nachweisen, dass Innovationen durch aktuelle Regelungen im geistigen Eigentum tatsächlich auch behindert werden? Auch das ist eigentlich eine empirische Frage, die man untersuchen sollte. Und wenn wir dazu Zahlen hätten, würde wahrscheinlich die Diskussion auch sehr schnell anders verlaufen, vielleicht auch sachlicher und zielfühler. Bis zum nächsten Mal.